Mein Name ist Frank Gebhardt. Ich bin selbstständiger Orthopäde seit 2013 hier in Amriswil. Die Versorgung von orthopädischen und Unfallpatienten, Podologie und Physiotherapie bieten wir hier in der MedBase in Amriswil bereits an. Nun soll dieses spezialisierte Konzept durch ein solides Grundversorgerangebot durch eine Hausärztin oder Hausarzt ergänzt werden. Mein Name ist Rosata Murati und ich bin leitende NPA in der MedBase in Amriswil. Mit zwei Kolleginnen unterstützen wir unsere drei Orthopäden in allen Bereichen. Ärzte und NPAs profitieren von unserer modernen Infrastruktur. Unsere Räumlichkeiten bieten optimale Voraussetzungen für die Einrichtung von Labor, EKG und anderen Einrichtungen. Ein grosses Erfolgsmodell ist die enge und patientenorientierte Zusammenarbeit mit Physiotherapie, Podologie, Wundmanagerin und Orthopädietechniker. Wir führen einmal in der Woche eine gemeinsame Sprechstunde durch, die es erlaubt, an Hilfsmitteln wie Einlagen und oder Orthesen Änderungen anzubringen. Dies ist absolut entscheidend für Patienten, die neurologische Probleme haben oder Diabetiker. Nicht nur fachlich ist unsere Praxis sehr spannend, auch im Team verstehen wir uns sehr gut. Was uns dabei hilft, Patienten optimal zu sorgen. Unsere Praxis liegt im Ortszentrum von Amriswil und ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Barrierefreiheit können wir immer gewährleisten und so wichtige Zielgruppen erreichen. Für unser Team in Amriswil suchen wir nun ein oder zwei Hausärztinnen oder Hausärzte. Dies wäre eine hervorragende Ergänzung für unsere facettenreiche Orthopädie. Außerdem liegt der Arbeitsort zwischen Bodensee und Alpstein in einer sehr interessanten Umgebung. Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.